Willst du mal ein Preisschild oder irgendwas? Das muss das halt sein. Lesbisch, Johannes, Heimann. Wird alles geobern. Das räumt mir den ganzen Sauern beim Rendern. Schönen guten Tag, mein Name ist Jörg Heilmann. Ich bin... Johann... Chris... Johannes... Johannes Christ. I-O-N-N... I-O-A-N-N-N-I-S Johannes Christ Johannas Christ Wie Spannhe sagen würde. Johannes Christ Johannes Johannes Jo-An-N-N-I-S Juan... Juan-Nit- Juan-Nit- Juan-Nit Christ Baile Was ist das Problem? Ich wollte gegen... Was? Eine 8. Eine einzige 7-Segment-Anzeige. Keine Ahnung. Und Büroklammern. Und der 8. Anrufer kommt durch. Denkt immer daran. Buzzer. Humor. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, diese Rose zu genießen. So, Moment. Wir machen einfach mal los. Können wir ja mal gucken, was da was wird. Ihr könnt ja 3 Dinge auch machen. Also ich bin Jörg Heidelmann. Das ist die Yannick Rose. Hallo Yannick. Okay, ist das gut so? Das geht ja echt um uns scheiße. Ja, hab ich ja gesagt. Könnt ihr dann auch da vom Teller nehmen? Nö. Ich geh mal mit. Kannst du ja auch so hochfahren. Okay. Du kannst alles machen. Okay. Hallo meine Freunde. Ich bin euer Jörg Heidelmann. Bei mir habe ich heute... Johannes Christ. Ich dachte vor allem andersrum. Das ist der Heidelmann die Jonas Rose vorstellt. Und der Johannes Christ der quasi der Moderator ist. Hallo. Ich bin Johannes Christ. Jörg Heidelmann. Wie heißt du? Ich komm gar nicht hinterher. Jörg Heidelmann. Robin du machst... Das ist zwar schön, aber du kannst ja nicht immer alle Outtakes mit deinem Scheiß-Trick. Okay. Du kannst nicht immer den ganzen Fame in den Outtakes nehmen. Okay. Drei Scheiß-Content. Vier Scheiß-Content. Ich bin jetzt Profi. So, wie heißen wir nochmal alle? Jörg Heidelmann. Du bist Jörg Heidelmann. Ich bin Johannes Christ. Johannes. Okay. Hallo ich bin Johannes Christ. Das ist Jörg Heidelmann. Ich stelle uns heute vor. Heute haben wir hier etwas ganz besonderes für euch. Ihr seht es vielleicht hier schon vorne auf unserem Teller. Es dreht sich wunderbar. Man sieht halt auch die schöne Farbe. Die schöne gelbe Farbe. Es ist die Yannick. Die Jonas Rose. Jonas Rose. Ja. Ich höre gerade es ist nicht die Yannick Rose. Es ist die Jonas Rose. Wer ist denn jetzt Yannick eigentlich? Warum komme ich denn da? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten einen Namen zu sagen. Warte kurz. Ich gucke nochmal nach. Aber es ist ziemlich, ziemlich sicher die Jonas Rose. Yannick war der... Yannick Schachenbach gezapft. Ach. Jonas Rose. Aber das war schon gut. Jonas Rose. Du bist? Jonas. Jörg Heidelmann. Jörg Heidelmann. Und ich bin? Johannes Christ. Johannes Christ. Warum? Johannes Christ. Das ist racist. Hey überhaupt nicht. Okay. Halt die Fresse. Pisch Alte. Janis. Scheffer dich um. Janis Rose. Es ist die Jannis Rose. Hä das ist die Jonas Rose. Mann ey. Wieso bin ich jetzt bei Janis? Jonas. Weil warum ist die eine Brötchenverpackung am Hut? Denk halt den mit den langen Haaren. Jonas. Jonas. Ach der. Ist das echt der? Nein. Aber der heißt auch so. Ich bin vorne. Okay. Also ich bin... Guten Tag. Ich bin Johannes Christ. Und das ist unser Gast. Jörg Heilmann. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich etwas ganz besonderes für euch. Es ist die Jonas Rose. Sie ist gelb. Sie ist schön. Sie riecht gut. Sie macht sich gut am Kleid. Auch mit nach Hause könnt ihr sie nehmen. Ah. Ja. Der Duft ist ganz ganz fein. Ich kann ihn hier einmal kurz vom Teller runter nehmen. Muss man vorsichtig machen. Schauen sie mal. Schauen sie mal. Es ist etwas sehr sehr schönes. Man kriegt so der Duft. Ah. Es ist etwas, was ich mit euch allen teilen möchte. Deshalb ruft bitte einfach an. Unter der Acht. Ah. 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 Ist die Telefonnummer eingeblendet. Ah. Es war voll gut. Ah. Ich würde sagen einmal noch. Aber es war schon echt lustig. Ach. Ist das deine Mathe? Und vielleicht... Der Acht kannst du ja noch noch Mathe an. Dann sollten sie vielleicht auch recht stehen. Ja. Schlecht, Alter. Hier, nimm mal die Rose, ey. Unter der Ruf Nummer 8. So. 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 Was Vai Colenman? Jörg City. Jörg Hammann. Und du? Wie stell dir das selber vor? Ich bin Jörg Hammann. Und ich? Johannes Christ. Ah. Scheiße. �� Jonas Rose. Ich habe nicht wie geschlafen die Nacht. Schon vier Tage nicht. Jonas Rose? Äh. Jonas Rose? Fack! Johannes Christ. Johannes Christ. Okay. Jörg Hammann. Johannes Christ. Ja. Scheiße, warte. Fuck, ich brauch kurz. Das ist okay, nimm dir alle Zeit der Welt. Wir haben genug Zeit. Es ist live. Fuck, warum haben wir nichts? Fuck, ich muss echt mal ins Bett. Das ist doch unpassend, ehrlich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Du kannst ja auch sagen, dass dich das einfach so berührend ist. Vielleicht ist es auch die Säure, die Johannes Rose ausstößt. Jonas Rose! Ah, Jonas Rose! Habt ihr kurz ein Taststuch in meine Augen? Kann mich die Maske mal ganz kurz abtumpfen? Maske! Maske! Henry? Henry, kannst du kurz mal einmal hier? Danke. Bei Henry Maske. Das ist witzig. Guten Tag, ich bin der Johannes Christ. Johannes Christ. Guten Tag, ich bin der Johannes Christ. Was ist mein Kollege? Ich bin der Jörg Hallmann. Freut mich, dass ihr euch alle eingeschaltet habt. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch. Man sieht es vielleicht hier schon im Bild schweben. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Es ist die Jonas Rose. Sie ist gelb. Sie ist schön. Sie riecht gut. Ah, das ist ein richtig guter Jürgen. Ich hole sie mal hier rüber. Ich hole sie mal ganz vorsichtig hier vorne. Ah. Da muss man auch nur ganz leicht wedeln. Ah, der ganze Raum riecht schon nach Jonas Rose. Ich, euer Jörg Heilmann und Johannes Christ präsentieren euch die Jonas Rose. Ruft bitte jetzt an unter der 8. Wählt jetzt in euer Telefon Nummer 8 und ruft an bei uns. Halt mal los, Träger. Oh, fuck. Ihr werdet gleich zu uns durchgestellt. Das ist jetzt nicht ewig hier. Ich habe es ja jetzt. Dann haben wir den ersten Anrufer direkt. Ja, hallo. Ich hätte gerne eine Jonas Rose bestellt. Leider ist die Jonas Rose nicht für Sie da. Was? Die sind gleich hier für die Jonas Rose bestellt. Okay. Gut. Das war schon schön. Ich denke, wir nehmen nur einen Teil davon, oder? Wir brauchen mehr Jump Cuts. Zwei Size Content. Okay. Ready oder heute nochmal? Passt schon. Ich glaube, es war gut. Wir haben es drauf, wir haben es drin. Warte, Kamera mach nicht an. Ne, mach nicht an. So, und jetzt machen wir einen richtigen. So. Äh. Jetzt würde ich sagen, ja. Zoom ich raus. Machen wir es im Stehen. Und dann kommt der Dings. Soll ich hier nach vorne, oder? Ich geh weg, ne? Und... Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Wir sehen recht gut aus, ne? Ich hab keine Beine. Ne, weil er nur in der Ecke sitzt drin. Ja, ich kann auch hier auch einfach so. Menschen gehen in der Ecke sitzen und dürfen sich entgehen. Ich bleibe einfach hier sitzen mit dieser Rose in der Hand. Mach nichts. Ich werde mal die Nummer schnell ändern, wie lief das neue Produkt. Das ist gut. Jetzt geht's corporations. ich kann gleich etwas weiter. Und jetzt schlippt dasce, das ist man gleich auf. Ich hatte gar nichts. Ich bin jetzt nicht sicher.